Willkommen zurück Leute zu Pokémon Y. Wir befinden uns hier in Chromlexia und so wie es aussieht haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen haben wir die Möglichkeit der Arenaleiterin Conny hinterher zu gehen. Das wollen wir allerdings im Moment noch nicht, denn auch das Team Flare scheint sich hier ja rumzutreiben. Und soweit ich mich erinnere, sind die hier oben links reingegangen. Ich guck mal ganz kurz noch nach, ob meine Pokémon gehealt sind. Nein, sind sie nicht. Gut, dass ich nachgeguckt habe, die sind mehr als down. Ich habe jetzt mal wieder, ach ich habe bestimmt 3, 4, 5, 10, 48 Tage nicht mehr aufgenommen. Deswegen, gibt es überhaupt ein Pokémon Center? Bist du so eine Pokémon Heiler? Ne, da ist das Pokémon Center. Alles klar, Leute, ab ins Pokémon Center. Was ist da los, du? Was ist los mit dir, Wollor? Was ist denn los mit dir? Warum bist du so überdreht? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe jetzt echt eine ganze Woche, ich habe jetzt 3, 4 Tage so gut wie gar nicht aufgenommen. Und wenn ich dann was aufgenommen habe, dann waren es so Aufnahmen, die so extrem nervig sind, dass ich schon drüber nachgedacht habe, ey, das schmeißt den ganzen Laden hier. Ich zertrümmer diesen ganzen Laden. Das ist echt, oah. Naja, was ist das denn? Die kann ich jetzt aber kaputt machen, oder was? Da stand was, da stand was. Altertümliche Steine. Hm, naja, das ist ganz mehr als eindeutig ein Eingang. So viel ist klar. Aber gut, ähm, wenn wir da nicht hinterher können, dann würde ich sagen, wenn der gute Wollo hier mal, äh, der gute Chris, wohl eher, sich jetzt mal hier fangen würde, dann gehen wir einfach mal, ja, dann gehen wir in den Miroir-Weg. Weg. Hilft ja alles nichts, ne? Komme ich da? Achso, von da rechts. Gut, Leute, jede Menge Pokémon-Kämpfe. Glattpolierte Steine sind etwas ganz Tolles, wenn du mich fragst. Oder auch kein Pokémon-Kampf. Das ist ja mal ganz nett. Da liegt eine Bäre. Duh, duh, dum, Trisitrusi, Bäre. Geil. Körper und Geist sind auf den Gegner fixiert und alle Kanäle auf Empfang gestellt. Und auch das wird dir nicht helfen, Kumpel. Das ist so. Ganymede, okay. Ganymede wird jetzt Monozyte ein oder so. Ach, das ist viel. Psycho-Pokémon, oder? So war das. Psycho-Pokémon mag nicht so gerne, weiß ich nicht mehr. Hatte ich gestern noch eine große, gab es eine große Diskussion in einem Call drüber. was jetzt gegen Psycho-Effektiv ist und was nicht. Und ich sage euch, Unlicht ist effektiv. Nehmt es hin. Ich habe es gerade gesehen, live. Egal, was der Poké-Wiki dir erzählt. Wunderreich Level 30. Ja, ja. Und dabei, ja, gestern gab es halt diese, ja, diese kleine Diskussion darüber. Und dabei wurde auf jeden Fall festgestellt, dass hier niemand, also niemand von den Leuten, mit denen ich so Kontakt habe, hat Ahnung, was hier hilft und was nicht und effektiv ist und auch nicht. Selbst ich kann es euch ja nicht sagen, ne. Und auch diese Leute spielen zurzeit dieses Spiel und die wissen es auch nicht. Und auch nicht nach 40 Stunden Spielzeit. Es ist ein Trauerspiel beinahe schon, ne. Ein kleines bisschen Trauerspiel. Aber ich werde es nach 40 Stunden auch nicht wissen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir vielleicht mal, kann man, ich bin mir nicht mal sicher, ob das geht, ob man random Online-Kämpfe machen kann. Geht das? Oh, ich habe Superschutz. Ich habe meine Liste nicht hier. Ich merke gerade, dass ich meine Liste nicht aufgeschlagen habe. Deswegen bin ich auch so entspannt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist doch echt witzlos. Drei Schritte durchs Gras und da ist was. Was ist das denn? Ein Staravia. Krass. Staravia, du bist so gut wie mein. Er hat einen Bedroher. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So können wir den da wenigstens auch treffen, ohne dass er gleich abhaut. Das heißt abhaut. Ohne dass er gleich stirbt. Das trifft es wohl ein bisschen besser. Wollo setzt bis ein. Staravia wählt die Attacke ab. Natürlich. Wieso kann das sein? Komm, Wollo. Jetzt aber. Na? Ach, komm. Wir machen was anderes. Vielleicht hilft das einfach nicht. Wir machen mal eine Aquawelle. Notsituation. Aha. Ja, ist doch ganz ordentlich. Wenn ich jetzt eine Stärke hinterher setze, ich weiß nicht, ob der dann drauf geht. Aber ich kann auf jeden Fall noch keinen... Achso, deswegen weiche ich der die ganze Zeit aus, oder? Will wir ihn nicht treffen? Kann das sein? Ja. Ist wahrscheinlich schon. Ja gut, wenn ich ihn nicht fangen kann, dann töte ich ihn jetzt einfach mit der Aquawelle. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann fliehe ich. Nee, dann bin ich es nämlich leicht. Ich bin es leicht. Hallo, ich bin es leicht. Ich fliehe. Nee, lass mich hier doch nicht von dem Staravia verarschen. Also, irgendwo hört der Spaß da nochmal auf. Hallo, Fighterin. Wir wollen kämpfen. Kämpferinnen wie ich ziehen ihre Energie einzig und allein aus dem Gürtel um ihre Hüften. Na dann. Kannst du ja tun. Wo du deine Energie hernimmst... Du hast ja nur einen Weißgurt. Hallo, Weißgurt. Den hatte ich ja sogar schon. Ja, logischerweise, ne? Hat der eigentlich jetzt jeder von euch gehabt? Aber ich war tatsächlich kurzfristig... Was heißt kurzfristig? Ich war kurz im Taekwondo. Und ich war auch kurz im Judo. Früher. Ja. Hat mir aber alles, ehrlich gesagt, jetzt nicht so... So den Kick gegeben. Ich glaube, der macht mich platt. Ich glaube, das Vieh macht mich platt. So, Level 28. Das ist ne... Das ist relativ hoch, oder? Jetzt mal ohne Flachs. Das ist ganz schön viel. Ich meine, unser Wollower ist Level 30. Und das ist momentan so ziemlich unser... Ja, mit unser stärkstes Pokémon, würde ich sagen. Nicht nur mit unserer... Nee, Junglood ist stärker. Aber ansonsten sind alle Schmächer. Ja, komm, Iga Starnisch kriegt die Erfahrungspunkte jetzt. Der wird das jetzt abstauben hier. Es sollte kein Problem sein. Die Nietenranke wird ja wohl reichen. Oh, ich glaube, die Kraftwelle ist effektiv, ne? Kann das sein? Ne. Okay, gut. Da hat es Bolo Hertha mitgenommen. Muss man jetzt einfach auch mal so gestehen. Wunderbar. 420 Erfahrungspunkte. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Es könnte auch sein, dass wir bald wieder in einen Bereich kommen, wo wir dann in einem Part 47 Level bekommen. Body Check. Wollen wir dafür was vergessen? Das ist ne normale Attacke. Da wollen wir nichts für vergessen. Nee, nicht unbedingt. Wir haben ja ganz gute Attacken, so. Glaube ich. Also mit Biss. Und ich habe schon wieder vergessen, was das andere war, was wir da noch haben. Was halt nicht Pflanz... Walzer, genau. Ich meine, dann haben wir auch noch eine Gesteinsattacke dabei. Und das kann ja so verkehrt an sich nicht sein. Überhaupt nicht. Keine Ahnung, was weiß ich denn schon. So, Bolo ist da und das ist ein bisschen Holo-Nachricht erhalten. Das rettet mich jetzt. Hallo, wenn ich mich nicht irre, solltest du demnächst in Yantara City ankommen. Das bedeutet, dein Pokémon-Abenteuer in der Kalos-Region macht große Fortschritte. Yantara City ist übrigens das Zuhause eines großen Gelehrten in Sachen Mega-Entwicklung. Deswegen nenne ihn auch alle Mr. Mega. Deinen Freunden habe ich auch schon von ihm erzählt. Schau unbedingt bei ihm vorbei. Aber da kannst du dich drauf verlassen, Professor. Dass ich das tue. Ich bin schon mehr als heiß drauf. Die Sache ist jetzt die, ich will eigentlich... Eigentlich würde ich ganz gerne... Wollo erst mal heilen. Oh, ich kann da dran vorbei. Ich kann da dran vorbei. Wie geil ist das denn? Ja gut, dann heilen wir erst Wollo. So viel Zeit, Leute. Muss einfach auch mal sein. Und ja, wir haben die Zeit auch, ne? Also, machen wir uns mal nichts vor. Wir wissen alle, ich bin... Ich liege am weitesten hinten bei Pokémon zurück von sämtlichen Netzplayern, die es, glaube ich, so auf YouTube gibt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich nehme dieses Projekt auch am wenigsten ernst von allen YouTubern, die es so auf YouTube gibt. Ja, nee. Ich habe ja damals schon gesagt, als ich dieses Projekt gestartet habe, aber das ist, das hier ist halt kein Hardcore-Pokémon-Projekt oder so, ne? Wo die Leute hier wirklich, ähm... Ja, wo wir hier Anspruch an irgendetwas haben. Nee, ganz gechillt, ne? Ich habe euch vorgewarnt. Ich habe euch vorgewarnt, das hier wird ein relativ gechilltes Projekt. Deswegen habe ich auch momentan nicht so den Anspruch, hier 48 Parts jeden Tag rauszuhauen von diesem Spiel. Boom, paf, zack! Jetzt zeigt sich, was dein ganzes Training gebracht hat. Ha, zack, boom! Ich setze alles auf meine Karte. Respekt. Das hindert mich an die alten Batman-Filme. Äh, Batman-Filme, an die alte... An die... Go, Mirai! Go und Mirai! Ach, guck mal. Das ist ja lustig. Hallo, Mirai. So, Volo und Iga-Stanisch machen aber Maschok und... Das sind echt gar nicht mal so schwache Pokémon. Was ist denn hier los? Ich sage jetzt einfach mal, wir machen ein Biss auf Pantymos. Und Iga-Stanisch macht genau das gleiche auf Pantymos. Aber solche Sachen wie Züstrahl, die möchte ich gleich sofort... Da will ich nichts mit zu tun haben. Sagen wir es mal so. Na, aber Volo ist noch ein bisschen stärker. Aber es reicht nicht. Mann. Oh, oh. Initiative sinkt. Ja, aber das müssten wir... Das müssten wir locker hinkriegen. Ich versuche es jetzt mal mit einer Aquawelle auf Pantymos. Und Iga-Stanisch wird... Die Nietenranke auf Maschok einsetzen. Pantymos ist sowieso als erstes dran. Das war klar. Iga-Stanisch gibt eine Zugabe. Iga-Stanisch setzt Biss ein. Auf Maschok natürlich. Ach, Mann. Okay. Der scannt den jetzt ab. Ich weiß nicht mehr wieder. Voll auf den Pimmel habt ihr das gesehen. Boah. Schwein. Ach, du... Gibt es das jetzt auch auf Pantymos? Aber ich habe... Ah, nee, genau. Ich hatte die Nietenranke. Genau. Die hatte ich auf Maschok gesetzt. Alles klar. Das... Dann passt es, ja? Dann passt es. Jetzt müssen wir nur noch Maschok klein kriegen. Und das machen wir am besten mit... Keine Ahnung. Erstmal mit der Aquawelle. Der Biss schien ja nicht so gut zu sein. Das haben wir ja. Iga-Stanisch kann keine andere Attacke einsetzen als Biss. Okay, die ist schlecht. Dann will ich das Pokémon wechseln. Ja, die ist in diesem Fall ja nicht gut. Dann nehmen wir einfach mal Jungblut. Er ist ja sowieso auf einem mega hohen Level. Also sollte das gar kein Thema sein. Ja, das ist super. Ist das... Ist das super. Fußtritt. Ja, auch gar nicht so... Ist gar nicht mal so schwach. Aber Maschok, du hast gegen meine Übermacht an Pokémon einfach... Das kannst du vergessen. Vergiss es einfach. So, wir machen nochmal Aquawelle. Und Jungblut, du darfst... Die Glut einsetzen. Ja, komm. Glut ist auch keine schlechte Attacke. Ey, der will... Der will meinen Wollower erledigen. Wehe! Geh weg da! Jungchen. Das bringt echt wenig. Das ist echt ein richtiges Tier. Der ist ungefähr so wie ich. Das ist so staturmäßig. Maschok und ich. Doch, das kommt hin. Ich sehe da gar keinen großen Unterschied eigentlich. 31 für Wollo. Wow. Auf welchem Level entwickelt sich Jungblut wohl? Aber es kann nicht mehr so lange dauern. Ich meine Level 33. Go und Mirai wurden besiegt. Das war gar kein Thema. Mach dir nichts draus. Du hast dein Bestes gegeben. Ja. Hab ich auch. Ne, oder er meinte den anderen. Ja, theoretisch müsste ich schon wieder ins Pokémon Center. Du greifst mich nicht an. In der Kalos-Region gibt es wirklich jede Menge mysteriöse Steine. What? So ist das wohl. Ja, ne. Unter diesen Umständen. Ich gehe noch. Ja, Leute. Aber das ist ja nun mal so, ne. Man geht immer wieder ins Pokémon Center. Und wieder zurück. Und wieder ins Pokémon Center. Und wieder zurück. Weil. Weil. Man das eben so macht. In einem Pokémon-Spiel. Zumindest ich. Ich habe das so gelernt. Ich weiß noch. Früher, ey. Da war es ja noch viel schlimmer. Da bin ich wirklich wegen jedem Scheiß. Nach jedem Kampf. Nach jedem einzelnen Kampf. In Pokémon bin ich. Zurück ins Pokémon Center gerannt. Und dann, ja. So war das. Ich meine. Da hat man doch. Da hat man auch kein Geld für Tränke ausgegeben. Wir hatten ja auch damals kein Geld. Wir hatten nichts, ne. Wir hatten keinen EP-Teiler. EP-Teiler. Dafür hätten wir. Nein, nein. Ich bin so dumm. Dafür hätten wir unsere rechte Hand geopfert. Um einen EP-Teiler zu bekommen. So sieht es nämlich aus. Nein, das will ich jetzt gar nicht haben. Ich habe außerdem. Wie gesagt. Ich habe die Liste gerade nicht bei mir. Die muss ich mir für den nächsten Part. Gleich einmal zurechtlegen. Aber dringend. Oh, nö. Jetzt scheitert das blöde Flüchten. Doch nicht. Ich bin sehr dankbar. Nein. Raus da. Geh da weg. Geh. Oh, nicht ins Gras, Junge. Du weißt doch, was dann passiert. Du weißt es doch. Ich hätte wenigstens gucken können, was das hier ist. Spiegelhöhle. Ah, Spiegelhöhle. Davon habe ich gestern auch gehört. Zumindest fiel der Name einmal kurz. Fahrrad verboten. Rollerskates verboten. Okay, funktioniert auch nicht. Da ist ein Spiegel. Und hier sind Pokémon-Kämpfe. Randomized. Wunderbar. Den haben wir. Gießling haben wir. Das weiß ich. Das weiß ich. Ne, wir haben den doch nicht. Wie komme ich denn dann auf den Scheiß? Mal gucken. Vielleicht überlebt er das. Falls es überlebt. Ich werde ihn fangen. Das gibt es nicht. Ich wollte ihn nicht fangen. Ach, Mann. Haben wir schon Energie verloren gehabt? Ach so. Ja, der eine kauft gerade. Ja, natürlich. Das macht Sinn. Ich verstehe schon. Ich war nur gerade ein wenig verwirrt. Komm, wir benutzen den Superball. Und wir fangen das Gießling. Und ist das dann hoffentlich ein schönes Pokémon? Oh, das ging aber. Das ist ja nicht mal dreimal gedingst, oder? Irgendwie nicht. Na. Was soll's. So, noch der Eintrag für Gießling. Den kriegen wir auch noch geschenkt oben drauf. Dankeschön. Wurde vor 100 Jahren nach einem großen Erdbeben in einer Erdspalte entdeckt. Es trägt eine Energiesphäre in sich. Eine Energiesphäre in sich? Ich habe jetzt keinen Abonnenten, der so heißt. Aber ich möchte dieses Gießling einfach so nennen. Es tut mir leid. Wir nennen es. Weil es einfach, wenn ihr den Namen gleich hört und überlegt, was da stand und wie es aussieht, dann macht das komplett Sinn. Das ist der beste Name, der jemals erschaffen wurde für dieses Pokémon. Wir nennen es Iron Man. Macht Sinn, oder? Komm, Leute. Iron Man. Das macht ohne Ende Sinn. Ihr könnt mir jetzt nicht, da könnt ihr mir nichts erzählen. So, ich habe recht. Ich sag's ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. Uh, da steht aber jemand auf sein Aussehen, wa? Backpacker Hitch. Ja, das sind diese, äh, diese typischen, äh, Rucksack-Touristen, ne? So wie ich es mir vorstelle. Die sind immer so, ja, diese Leute, die sind immer so, so von sich überzeugt, ne? Kann das sein? Das sind ja diese, ja, wie soll man sagen? Wie sagt man das jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Ja, das sind ja meist so, so, so Studenten, ne? Ich bin so intelligent, ich muss die Welt bereisen. Und, oh, die Welt bereisen ist so schön. Das muss sein. Und kann nicht sein, dass ich nichts von der Welt gesehen habe. Ich weiß nicht. Ich bin so einer, der gar nichts von der Welt sehen will. Das ist so, das ist so, so, so weit weg für mich. Also, dass man, dass man mit dem Rucksack unterwegs sein kann, um zu reisen. Und, wenn ich verreise, dann möchte ich in ein Hotel mit Pool und Buffet. Das ist für mich verreisen. Das, da möchte ich hin. Oh Mann, Wollo, hau den einfach um. Okay, ich hab keinen Bock auf den Mist hier. So, kommt noch eine Aquawelle hinterher, dann ist gut. Oh. Bis es nervt, ne? Bis es nervt. Ich wechsle das Pokémon, weil nachher treffe ich den jetzt gleich nicht. Und dann nervt es sich. Ich nehme jetzt einfach Happy und mache dann Ruckzuckpiep. Und dann hat sich das. Oh, meine Nase juckt. Aber das interessiert euch nicht, ne? Nicht wirklich. Adlerauge von Happy wirkt. Ah, Genauigkeit bleibt das. Sehr schön. Ruckzuckpiep. Und. Tschüss, Mann. Ein Traum. Ja, erzählt mir doch mal, wie das bei euch ist, ne? Mögt ihr verreisen? Ich stehe nicht so drauf. Aber, ne, wenn es euch gefällt. Ansonsten, na, nach Japan würde ich natürlich. Da würde ich mir sehr gerne. Da würde ich auch mit offenen Augen durch die Welt gehen. Aber, auch dann eher wegen der, wegen der hübschen Frauen. Walgo haskan nur vier Attacken. Antikraft. Was ist das denn? Möger macht ein Gestein. Antikraft. Antikraft. Achso. Angriff mit antiker Kraft, der alle Statuswerte erhöhen kann. Das ist, glaube ich, es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich vergesse jetzt mal eine andere Attacke dafür. Und zwar, seien wir mal ehrlich, Geduld ist so eine Sache, die benutze ich nie. Ja. Dafür machen wir mal Antikraft rein, weil das klingt nicht so verkehrt. Hat, kann auch nur fünfmal eingesetzt werden. Und das bedeutet für mich, das ist stark. Automatisch. Also, wenn es nur fünfmal eingesetzt werden kann, dann ist das stark. Mirror möchte Knochenharz erlernen. Was ist denn Knochenharz, mein lieber Mirror? Das ist, greift Ziel zwei bis fünfmal in Folge mit einem harten Knochen an. Stärke 25. Wir behalten die bekannten Attacken. Auch wenn ich jetzt nicht mal weiß, welche Attacken Mirror gerade hat, weil ich es nicht gesehen habe. Aber, wie gesagt, ist mir jetzt auch gerade irgendwie ein bisschen, ein bisschen schnurz. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Part weiter. Wenn es mit der Spiegelhöhle weitergeht. Bis dann und ciao.